Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Minister, Kollegen des Bundesrates, sehr geehrte Damen und Herren im Saal und vor den Bildschirmen. Ja, weil es früher hauptsächlich die häusliche Gewalt an den Frauen litten, so gibt es seit Jahren eine neue Form der Gewalt, nämlich die der importierten Gewalt. Diese zusätzliche massive Gefahr für unsere Frauen, unsere Kinder, ist den Systemparteien von Schwarz, Rot und Grün zu schulden. Jetzt werden die sogenannten Willkommensklatschger gleich wieder aufschreien, wenn ich die Personen und deren Namen zitiere, die beschuldigt werden, wie Herr Jörg Völkerling am 9.03.2024 in der Bild-Zeitung in seinem Bericht über das 12-Jährige Mädchen schrieb, welches einer Gruppenvergewaltigung in Wiener ertragen musste. Für die erwähnten Abdul, Leutrim, Mustafa, Ahmad, Schaban, Jakob, Sahin, Emir, Ege, Oma, Harun und Baridon gilt natürlich die Unschuldsermutung, bis das Gegenteil erwiesen ist. Aber es sind ein paar wenige Namen der Täter für diejenigen, welche gegen die Behauptung sind, es gibt ja keine importierte Gewalt. Bei Betrachtung der Asylstatistiken für unser Land frage ich mich, wie Sie, Frau Minister, diese hochexplosive Gefahr für unsere Frauen, unsere Kinder, noch mit Ihrer Politik in den Griff bekommen wollen. Sie haben mitverschuldet oder Ihre Vorgänger von 2015 bis 2022 offiziell mehr als 200.000 Männer und über 90.000 unbegleitende Minderjährige, großteils natürlich auch männlich, Asyl zu gewähren. Männer, welche unsere Sprache nicht verstehen, Männer, welche vollkommen von einem anderen Gesellschafts- und Frauenbild geprägt sind, Männer, welche eine weitaus niedere Hemmschwelle, wie wir schon gehört haben, auch bei Gewalt zeigen. Männer, deren Glaube über dem Recht steht. Im Jahr 2023 ließen sie trotz aller bisher gemeldeten Gewalttaten von asylberechtigten jungen Männern weitere 45.000 Männer, davon 5.000 unbegleitende Minderjährige Burschen, in unser Land herein. Der Hauptanteil all dieser Männer, von denen die meisten Vorfälle in den letzten Jahren bekannt sind, kommt aus den Ländern Afghanistan, Syrien, Marokko, Pakistan, Irak und Somalia. Es vergeht kaum mehr eine Woche, bald täglich, ohne ein Gewaltverbrechen, dessen Täter nicht ausländischer Herkunft sind. Die Gewaltverbrechen, speziell im Ballungsraum Wien, wo die höchste Dichte an Migranten nachzuweisen ist, werden immer mehr und zeigen auf, wie verroht ihr Zugang zu Frauen und Mädchen ist. Fünf Femizide an einem einzigen Tag, drei davon fielen ein Asyl aus Afghanistan zum Opfer und die Gruppenvergewaltigung von der 12-jährigen, von 17-minderjährigen jungen Männern ist der treue Höhepunkt einer vollig verfehlten Asylpolitik der EU-Jährigen-Systemparteien. Die Zeiten haben sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Vermieden unsere Frauen, früher abends alleine sich im öffentlichen Raum aufzuhalten, beziehungsweise nach Hause zu gehen, so stellt selbst aber der helligste Tag keine Sicherheit mehr dar. Mieden die Frauen einsame Plätze und Gassen, so sind sie im öffentlichen Raum von diesen gewalttätigen Männern auch nicht mehr sicher. Die Bilder der tausend Männer, welche in Massen in unser Land 2015 und 2016 illegal mit Unterstützung der Willkommensklatscher von SPÖ, Grünen, aber auch der ÖVP eingedrungen sind, lösen bei der österreichischen Bevölkerung, aber auch bei uns Freiheitlichen Besorgnis aus. Aber alle von uns prognisierten, dadurch entstehenden Probleme haben sich damit bestätigt. Hat man früher aber nur beiläufig in den Berichterstattungen von Vorfällen gehört, es wurde von vereinzelten Übergriffen berichtet. Meist wurden diese auch bewusst von den Systemmedien unter den Teppich gekehrt. So wurde es im Laufe der Zeit der letzten Jahre immer mehr und immer brutalere Gewalttaten. Und die Medien können aber diese auch derzeit nicht mehr vertuschen. Zur nochmaligen Wiederholung. Es war die damalige Bundesregierung unter Rot-Schwarz, welche unter dem Deckmantel der Solidarität den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung zur Verantwortung hatte. Und schon damals warnten wir Freiheitliche vor all diesen Gefahren. So viele junge Männer aus einem völlig anderen Kulturkreis, der bekannt dafür ist, Frauen gegenüber vom Wertmindern zu sein, bei uns aufzunehmen, kann nicht gut nehmen. Das ist fahrlässig. Aber nicht nur die österreichische Bundesregierung beschwichtigte Ängste und Sorgen. Auch bei unserem Nachbarland in Deutschland zog man nach acht Jahren in jener 2024 ebenfalls die gleiche traurige Bilanz. 7.000 sexuelle Übergriffe von Flüchtlingen seit 2015. 7.000 Frauen wurden offiziell Opfer einer völlig ungebremsten und unkontrollierten Migration. Und bei uns in Österreich zeichnet sich dasselbe Schicksal aus für unsere Frauen und unsere Kinder. Denn auch diese tausend jungen Männer, welche Sie als ÖVP, SPÖ und von den Grünen in unser Land eingeladen haben, haben Bedürfnisse. Ja, ich meine jetzt nicht die Bedürfnisse nach Essen, sich zu kleiden und so weiter. Nein, diese jungen Männer haben besonders auch sexuelle Bedürfnisse. Und haben Sie sich einmal gefragt, oder gehen Sie der Frage nach, wie willkommen, schlatsche, was passiert, wenn dieser Bedürfnis der tausenden Männer nicht befriedigt wird? Ich kann es Ihnen verraten. Es passiert genau das, was Sie derzeit erleben. Sie missachten die Freiheitsrechte und Grundrechte unserer Frauen, Kinder, Töchter und Enkelkinder. Sie nehmen sich einfach, unsere Frauen und unsere Kinder. Und wenn Sie jetzt wieder wahrscheinlich mit Ihrer Menschenrechtsmasche der armen Geflüchteten kommen, wo sind die Menschenrechte unserer Frauen und unserer Kinder? Nun ein paar Beispiele. Im April 2016 wurde eine türkische Austauschstudentin auf einer öffentlichen Toilette am Praterstern von drei afghanischen jungen Männern überfallen, schlug ihren Kopf mehrfach gegen die WC-Muschel, wirkten sie und vergewalteten sie brutal. Sie überlebte das Martyrium. Sie wird jedoch ihr Leben lang an den seelischen Folgen leiden. Das Studium musste sie abbrechen. Dass diese verruheten Männer auch von unseren Kindern nicht Halt machen, zeigt den Fall eines 20-jährigen Irakers, der ebenso über die Balkanroute 2016, die angeblich geschlossen wurde, nach Österreich gekommen ist. Und im Theresienbad in Wien einen 10-jährigen Buben am WC vergewaltigte. Wortmörtlich sagte dieser bei seiner Einfahrnahme, er hatte einen sexuellen Notstand und seinen Gelüsten nachgegangen. Er hätte es nicht mehr ausgehalten, keinen Sex zu haben, weil er eine ausgeprägte, überschüssige sexuelle Energie gehabt hat. Die sexuelle Energie dieser Männer kennt aber keine Grenzen. Auch verging sich ein 23-Jähriger, wie wir heute schon gehört haben, an einer 93-jährigen Dame im Pensionistenheim. Und auch der ebenfalls schon vorbestrafte Täter lief frei weiterhin in Linz herum. Ging es nach Unfreiheitlichen, wäre der Asylstatus bei kriminellen Handlungen sofort verwirkt. Die Täter sofort in Untersuchungshaft und wären freigegeben zur Abschiebung. Auch ist es ein Hohn, dass die meisten Straftäter einen Starranwalt zu ihrer Verteidigung zur Seite bekommen, wie man hört, angeblich von so mancher NGO bezahlt wird. Seit Jahrzehnten sind sie dafür zuständig. Und in die schwarzen Ministerien. Die Justiz, die derzeit ja in der grünen Hand ist und somit stehen, die Täter mehr unter Schutz als ihre Opfer. Auch wurde vom Minister Kahn auf Erlaubbart, dass Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan nicht möglich waren. Genau diese Tätergruppe macht die größte aber aus. Und jetzt frage ich mich, wenn wir in meiner Heimatgemeinde in Polstorf, haben wir auch Syrer und so weiter, die fahren heim auf Urlaub. Also kann das so schlecht sein. Oder in Walterskirchen, in einer Sprengel der Gemeinde, kann die ukrainische Mutter, die ja dahergeflüchtet ist, fährt einmal im Monat nach Hause, dass sie ihre Brüste und ihren Hintern ausspritzen lässt. Also so schlecht waren sie in der Ukraine nicht sein. Das ist nachgewiesen. Ja, so schaut es aus. Aber es gibt ja weiter zur Erinnerung, eine 54-jährige Miene hat damals, die Frau Maria, die so genannt, die ist eh in allen Medien gewesen, ist in den frühen Morgenstunden völlig aus dem Nichts heraus, aus ihrem Leben gerissen worden. Opfer und Täter kannten einander nicht. Ein in Österreich illegal lebender Kenianer war es damals, der hat sich erschlagen mit einem 10 Kilo schweren und auch mit der langen Eisenstrange. Aber sie hat ja den Rat damals, was die damalige, die Frauenministerin gehabt hat, die Raab, ja, hat sie ja befolgt. Sie ist auf die andere Straßenseite gegangen. Aber da hat sie ja so gescheite Ideen gegeben, wie eine Handlageabstand und so weiter. Aber das hat ja auch nichts geholfen. Gut, die damalige Sonderkommission, die, wo sie da eingesetzt wurde, unter dem damaligen ÖVP-Jusizminister Wolfgang Brandstetter, äußerte auch die Kritik, diese Tat hätte vermieden werden können. Der Kerianer war amtsbekannt, schließlich lief er auch schon mehrere Mal mit der Axt auf den Straßen herum. Er hat auch vorher schon zwei Frauen mit einer Eisenstange geschlagen, aber diese sagen glücklicherweise haben sie überlebt. Aber anstatt solche gewaltbereiten Männer sofort zu verhaften und dann in Folge abzuschieben, laufen sie heute wie damals jetzt auch immer noch frei herum. Es muss halt immer erst etwas noch weiteres Schlimmes passieren, damit diese Hintergitter kommen. Aber acht Jahre sind seit den Verbrechen vergangen und das war der Beginn der sogenannten Einzelfälle. Sogenannte wie interkehrende Einzelfälle. Oder zum Beispiel vor drei Wochen. Der Täter war ein afghanischer Asylwerber. Dieser Fall bezeugt durch den folgenden Besuch einer Moschee und seiner Aussage, im Koran stehe, er solle Jihad betreiben, dass diese Tat ein religiös motiviertes Motiv war. Zu dem hätte er Stimmen gehört. Der Anwalt bezeichnete seinen Klienten als eine zerbrochene Seele, der bedauernswert krank sei. Und weiters, das Messer sei durch die Magie und Zauberei geführt worden. Er lebt in einer Fabelwelt und selbst im Krankenhaus ist dieser voller Aggression und gewalttätiger Mann anscheinend nicht so bändig gewesen. Er hat dort auch noch die Ärztin attackiert. Der traurige neue Trend bei den jungen, minderjährigen Asylberechtigten, die Gruppenvergewaltigung und Noctarei, der Fall, der ja nie 2021 war, einmal einer von den Ersten. Ja, aber die Willkommensklatscher haben ja, ob ihrer Meinung nach Abschluss des Begräbnisses, nicht geändert und wieder keine Handlungen gesetzt, um in der Zeit nach 2021 und in Zukunft Rahmenbedingungen und Maßnahmen zu setzen, unsere Frauen und Kinder zu schützen. Und nachdem immer mehr junge, minderjährige Jugendliche mit Asylhintergrund sich in unserem Land strafbar machen, steht ja die FPÖ für die Herabsetzung, wie wir es heute beantwortet haben, der Strafmündigkeit auf zwölf Jahre. Und ich frage mich immer wieder, auch Herr Schenach, wenn es darum geht, um die rote Linie. Für uns Freiheitlichen ist die rote Linie dann nicht, wenn man das Schutzalter obersetzt auf zwölf Jahre, sondern die Gewalt an unseren Frauen und an unseren Kindern. Das ist für uns eine rote Linie. Und Frau Minister, ich möchte sagen, vielleicht haben wir das auch falsch verstanden, wir haben uns das jetzt extra herausgesucht. Sie haben gesprochen davon, von einer Erhöhung des Budgets von 50 Prozent. Also wir haben nachgeschaut, im Budget hat es eine Steigerung gegeben von 11,5 Prozent und keine 50 Prozent. Nein, es steht da in der 11,5 Prozent. Das haben wir extra im Budgetdienst herausgelesen. Aber ist eh wurscht. Ja, gut, okay. Wenn Sie meinen, ja. Für mich ist es wichtig, und ich fordere Sie auf, weil es ist jetzt eh schon eine fortgeschrittene Zeit, als stolzer Familienvater, stolzer Großvater, aber auch ich fordere Sie als Verantwortung. Sie sind ja Mutter, und es ist ja schön, wer meine Familie hat. Nutzen Sie die letzten Monate Ihrer Ministertätigkeit zum Wohle unserer Bevölkerung. Ändern Sie die vergangene Vorgangsweise und schauen Sie, dass Sie noch etwas verändern können zum Positiven, zum Schutz unserer Kinder und unserer Frauen. Oder machen Sie Platz für Neuwahlen. Danke. Applaus Applaus